Wir sind Miriam Ziegler und Severin Kiefer, Österreichs Eiskunstlauf-Paarlaufpaar. Wir laufen schon seit über sieben Jahren miteinander, waren schon zusammen zweimal bei Olympia und haben es noch einmal vor. Ich glaube, wir haben uns die letzten Jahre wirklich kontinuierlich Stück für Stück an die Weltspitze angenähert. Das zeigt auch der siebte Platz in der Weltbankliste, wo wir uns derzeit befinden. Wettkampftechnisch, glaube ich, ist unser größter Erfolg der zehnte Platz bei der Weltmeisterschaft 2019. Wir haben sehr viel in Österreich trainiert, wo wir die letzten Jahre eigentlich zum Trainingsschwerpunkt in Berlin gehabt haben. Wir haben hier auch an neuen Sachen arbeiten können, neue Erfahrungen gemacht, die uns auch weitergebracht haben. Ganz wichtig für uns war aber die Unterstützung von der Sporthilfe und dem österreichischen Bundesheer, vor allem, damit wir da finanzielle Sicherheit haben und einen verlässlichen Partner. Wir wollen der Sporthilfe alles Gute zum 50. Geburtstag wünschen. Wir wissen, wie hart ihr alle arbeitet, dass wir unseren Job machen können und wollen euch sagen, dass jede Medaille und jeder Titel, der geholt wurde, auch durch euch passiert ist. Wir hoffen natürlich, dass das so weitergeht, also mindestens nochmal 50 Jahre. Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Dies! Alles Gute! Vielen Dank.